Ja, guten Tag Leute, wir sind ja gerade auf der Motorradmesse in Dortmund und stehen auf dem Yamaha-Stand bei dem Jörg. Und der Jörg wollte uns jetzt was zu der MT-07 Motor Cage Edition erzählen. Ja, MT-07 als Modell ist ja bekannt. Ein Modell, was wir jetzt schon einige Zeit im Markt haben und was hervorragend funktioniert, was sehr viel Nachfrage hat, kommt super an. Ein sehr leichtes, sehr starkes Motorrad, ein Zweizylinder mit 75 PS, aber eben auch drosselbar auf 35 kW. Also auch für die A2-Leute. Für A2-Führerschein, genau. Ohne Probleme drosselbar, so ist das Motorrad auch von vornherein ausgelegt worden. Und was wir hier haben, ist eine Sondervariante, die Variante Motor Cage. Ist im Prinzip ein MT-07, aber wir haben hier einige Anbauteile dran gebaut. Du siehst also, du hast den Handschützer, den Nackelguards, du hast diverse Motorschützer, du hast natürlich alles farblich abgegrenzt. Wir haben Motorschützer an der Seite, links und rechts. Wir haben den Rahmen, der entsprechend auch mal mit dem Rahmenschutz versehen ist. Das ganze Motorrad von der Grundkonzeption kommt aus der Stunt-Szene. Das heißt also, wir haben ein Motorrad genommen, was sehr beliebt ist in der Stunt-Szene, was genauso umgebaut ist und haben das als Serienmotorrad jetzt in den Markt gebracht. Das ist natürlich sehr interessant. Also auch für Leute, die ein bisschen sportlicher fahren, wäre das eine ideale Lösung. Absolut. Das ist etwas völlig anderes von der Optik her. Man kann auch mal den einen oder anderen Trick probieren, kann man alles wunderbar damit machen. Wo wir gerade von der Optik reden, schaut es euch mal an, das Bike. Wir sind hier gerade auf der Motorradmesse in Dortmund und ich stehe hier mit dem Jörg vor der Yamaha MT-03. Und der Jörg wird uns was dazu erzählen ein wenig. Ja, die R3, ein Motorrad, was speziell auf den A2-Führerschein ausgelegt wurde. Das heißt, ohne dass das Motorrad drosseln muss, kann man sofort mit A2-Führerschein 35 kW in diese Klasse einsteigen. Ah, okay. Interessant. 35 kW, also 42 PS. Da werden sich wahrscheinlich einige fragen, warum nicht die vollen 48? Da gibt es eine Regel. Ja, also es wird ja nicht nur die reine KW.